Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute wollen wir noch mal zwei Booster Yu-Gi-Oh von den StarPack RCV aufmachen. Ja, und schauen wir doch mal gleich rein, was für Karten wir haben. So, da haben wir natürlich als erste Karte Künstler-Kumpel Schwertfisch. So, ich könnte auch hier dafür das Bild kurz anhalten, dann haben wir Künstler-Kumpel Partnatter. Und wir haben als dritter die letzte Karte Überraschungs-Ballons. Das ist eine Zauberkarte. So, das waren die ersten drei Karten. Und jetzt machen wir mal das zweite Booster auf. Und schauen mal, was wir hier so drinnen haben. So, da haben wir die erste Karte. Super starker Samurai, großer Benkai. Die haben ja alle Namen. Mein Lieber Mann. So, wo lege ich die jetzt hin? Die lege ich mit dazu. Und die packe ich mal hier unten hin. So, dann haben wir Sternzeichen-Kundler-Chaos. Nicht Klaus, sondern Chaos. So sieht die Karte aus. Zack. Und die dritte und letzte Karte ist Fusion der Edelsteinritters. Das ist auch wieder so eine Glitzerkarte. Das ist eine Zauberkarte. So, das waren nun die zwei Booster. Gut, das Video war nicht so lang, aber ich hoffe ja trotzdem, dass es euch einigermaßen gefällt hat. Und wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt das Video auch gerne teilen. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. So, ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis Tomorrow Für dich Für dich Für dich Wissen Für dich Befreut zu